Und heute reden wir mal was passiert wenn man keine deal breaker hat beim dating also vielleicht mal da ins schwanken kommen zwei sehr gute beispiele finde ich man ist ja auch alles nur menschlich aber wenn man sich abstellt passiert immer der gleiche misst ja ein paar karten haben wir noch für party am freitag ist auch noch vor dem fußballspiel libyship party in münchen 19 uhr findet auf meiner website und genau holt euch die libyship app kann sie gerade nicht zeigen wo mein iphone updatet ja wird gerade ganz viel angeschraubt gibt es energiebooster tragen tragen es umsonst und gibt es für android und ios natürlich genau hat schon abgedatet wahnsinn okay guck ich mir gleich mal an gut also solche nachrichten kannst du auch ein formel auf libyship.de schreiben erste zuschauer schreibt ich bin mein zwanziger und reise viel ich arbeite saisonal vor zwei monaten habe ich jemanden auf meiner arbeit kennengelernt wir waren zusammen für eine wintersaison einem hotel ich schule jetzt mal ein bisschen vor am letzten arbeitstag hat er mich angesprochen dann seid ihr in unterschiedliche länder gereist hat er gesagt wollte ich noch in kontakt bleiben so und hat dann auch geschrieben dass er nach turkmenistan fährt und dann ich glaube da ich auch zufällig nach turkmenistan wollte haben uns dann so daten ausgetauscht er hat angefangen regelmäßig zu schreiben wir haben auch ein paar fotos videos geschickt hoffe keine keine news kennt euch nicht hat sie einfach gut angefühlt ja das ist nur schreiben das zählt also das ist das genauso wie einem auto auto händler schreibst du beim auto was du dann wahrscheinlich persönlich kaufen wir ist also das ist genauso ne so für die kommende wintersaison suchen noch einen arbeitsort gut jetzt kommen wir erst mit ganz vielen ländern so neulich habe ich da mit einer freundin telefoniert die der gleichen abteilung wie er gearbeitet hat sie war überrascht dass der interesse an mir zeigt weil er eine freundin hat 2024 kann es von nichts mehr ausgehen ich war ziemlich überrumpelt muss ich gestehen können wir verstehen denn damit habe ich gar nicht gerechnet als ich ihn darauf angesprochen habe höflich und ohne anschuldigung meinte er dass er eine freundin hatte jetzt können wir raten was jetzt kommt aber sie ist von den außerirdischen entführt worden es war keine frau es war er hat eigentlich nur einen hund gehabt falsch fotografiert worden oder seine cousine schauen wir mal was jetzt kommt dass er eine freundin hatte sich nach der wintersaison aber getrennt habe weil es schon länger nicht mehr so gut gelaufen sei ja schon ganz lange keinen kontakt mehr und nicht aufeinander umgelegen so lang vorbei aber du bist hierhin alles shocking und find's auch okay danach zu fragen das kann ja sein dass er jetzt doch single ist aber ja schon mal nicht gut würde ich mal sagen so aber auf seinen südamerika urlaubsfotos die auf facebook gepostet hat war allerdings mit einer frauenarm die sich an ihn gelehnt hat meine freundin bestätigte das ist seine freunde das hatte ich etwa jemand angelogen beim dating das gibt das gibt's doch gar nicht so was gibt's das ist ja ein ausbund an loyalität der typ ich bin begeistert netter typ kann man ja anders sagen ne freundin und dann aber so ist das manchmal heutzutage ne jeder macht was er will einfach scheißegal wie es andere damit geht und mann 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 so als ich noch erneut ansprach erklärte er dass der trip schon lange gebucht war und sie deshalb trotzdem zusammengereist sind als freunde natürlich was denkst du denn als freunde mensch was du mal denkst ey also wirklich also scheinbar also wirkt so als wenn er sehr gut wäre im lügen auf jeden fall oder auch nicht weil da spricht ja alles gegen ihn nachdem ich erst mal geantwortet habe hat er noch hinzugefügt dass es mir wohl schon früher hätte sagen sollen aber er hatte so viel um die ohren die außerirdischen und genau was immer so viel um die ohren und beschreiben und zwar ständig aber irgendwie habe ich das vergessen zu sagen dass ich weiß auch nicht warum und es nicht so auf dem schirm gehabt habe klar super begründung dann lass uns doch weitermachen damit ist alles gut ne irgendwie fühle ich mich angelogen also das was das das gibt es doch gar nicht wirst du dich angelogen das verstehe ich jetzt nicht das verstehe ich jetzt gar nicht ne was natürlich keine gute voraussetzung ist was sich auch komisch anfühlt ist dass er schon interesse an mir gezeigt hat als er noch in einer beziehung war sowas gibt es ich bin aber schockiert sowas gibt es heutzutage ja deswegen also romantisch ist ja so alles anhört dass ihr euch so im Globus rum schreibt schreiben bringt gar nichts treffen 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 also nicht dass man da nicht auch an jemanden kommen kann der schon vergeben ist aber man kriegt das natürlich die wahrscheinlichkeit dass man es rauskriegt ist natürlich viel höher so weil schreiben geht immer ne was sich auch komisch anfühlt das hatten wir schon er hat sich auch erst gemeldet nachdem ich mitgeteilt habe wann ich in Turkmenistan sein werde ich möchte keinen mann der gerade frisch getrennt hat der ist doch nicht getrennt das glaube ich nicht ich bin einfach verwirrt es gibt klare red flags aber ich hatte ein gutes bauchgefühl also letzten endes würde ich immer sagen bauchgefühl hin oder her wenn wenn die sachlage einfach also ich sage ja manchmal muss man auch rational daten ne wenn die sachlage einfach komplett gegen ihn spricht das ist auch egal wie das bauchgefühl ist ne ja ähm das zu immer als wichtig betrachtest eigens weiß ich nicht wie verlässlich das bauchgefühl über chat nachrichten ist ja absolut das kann kann absolut daneben liegen also sicherer ist es wenn man schlechtes bauchgefühl hat also das ist eher verlässlich als ein gutes bauchgefühl gleich ne ähm äh wenn unsere nachrichten hat er sich wirklich gedanken gemacht und sich um mich bemüht ähm Kim Jong Il in Nordkorea bemüht sich bestimmt auch ab und zu um seine Minister und weiß ich nicht also was soll das heißen ne man hätte dich genauso belogen dann ne wenn ihr was angefangen hättet also wäre da schwer die nächste angeschrieben ähm so hat sich auch nicht so angefühlt als wolle er mich nur aufreißen wenn es einfach so eine schnelle Nummer sein würde äh dann wäre es doch zu viel Aufwand oder Mühe oder ne es gibt Leute die das ist heute auch Trend das sind Menschen die lieben es andere zu verwickeln über Chatnachrichten kann man gemeinsam mit Fantasien gehen die sich vielleicht nie ausspielen ähm kann noch ein bisschen wenn das zu langweilig ist mit einer Person noch ein bisschen Dopamin kick ja so ist so ist das manchmal ne ich finde es total zum Kotzen also der Typ wird bei mir Koben kann rausfliegen was immer das ist das illoyale Grauens ne jetzt hast du aber schon das ist das Problem bei dem langen Schreiben jetzt hast du schon so eine Fantasiebindung jetzt willst du nicht so schnell loslassen weil es könnte ja sein dass es doch zufällig alles alles nicht ganz auflöst aber sagen wir mal ehrlich das ist sehr unwahrscheinlich ne anscheinend ist er jetzt ohne seine Freundin in Turkmenistan ich werde definitiv zum jetzigen Zeitpunkt nichts mit ihm anfangen weil seine Trennung noch frisch ist falls überhaupt hier stattgefunden hat ja das werde ich ihm auch sagen sein Interesse wirkte irgendwie echt und authentisch mein Gott meine Liebe was bringt das der hat dich einfach fucking angelogen was willst du denn da jetzt noch rummachen das ist genau was dann immer passiert und dann trefft er euch doch und landet er doch in der Kiste und ja und hinterher wie konnte das nur passieren ja das ist eigentlich fast immer gibt es Shred Flags am Anfang und wenn man die beachtet und einfach auch völlig emotionslos alles klar du bist raus next und auch ja auch nichts drauf gibt wenn man sich mal mit jemandem schreibt weil das heißt gar nichts also man muss da wirklich auf die Bremse treten was so Emotionen angeht aber wenn man involviert ist klammert man sich an irgendein Stroheim fest das ist das Problem das kann ich verstehe ich absolut habe ich auch schon gemacht im Leben mehrfach und bitter dafür bezahlt also deswegen sage ich mach das nicht also ich würde es jetzt auch nicht mehr machen da also so die letzten Dating-Situationen die ich hatte wenn da eine Sache schief gelaufen ist und ich weiß auch von meinem Dating-Coach früher den ich auch richtig gut finde ich hätte das genauso gemacht eine Sache geht so richtig schief einen Satz so richtig daneben einmal so sich respektlose Äußerungen Bums aus vorbei sofort Schluss anders geht das nicht vor allem wenn man online datet ist ja jetzt nicht online obwohl ein bisschen online ist es irgendwie auch dadurch dass jemand nur schreibt bei mir war es immer so dass ich mich für die unerreichbar interessiert habe das passt ja hier gerne selber die Initiative ergriffen habe wenn ich es dann geschafft habe ist mein Interesse sofort verflogen ja das solltest du dir natürlich unbedingt weiter angucken weil du vielleicht eine Neigung hast das haben viele ich will nicht sagen dass du liebessüchtig bist kann man jetzt hier nicht sagen aber viele liebessüchtige auf jeden Fall und so Plusbowler oder Minusbowler auch haben diese Neigung so Fantasiebeziehungen zu führen also toxische Beziehungen sind ja auch Fantasiebeziehungen in der Realität grausam in der Fantasie total super oder irgendwann werden sie total super oder das der Bettsport ist erstmal super oder aber ja sowas musst du unterbinden deswegen sage ich auch immer gerade wenn man so zu Fantasien neigt nicht so lange schreiben das ist total das führt zu sowas dann hatte bisher erst zwei feste Beziehungen die nicht länger als ein halbes Jahr gehalten haben weil ich nach drei bis vier Monaten einfach komplett das Interesse verloren habe und mich Partner einfach nur noch angewidert hat und den nicht mehr mehr küssen oder berühren wollte auch tendiere ich viel zu schnell dazu in Beziehungen zu gehen und ich laufe die Kennenlernphase in ein paar Tagen viel zu tun macht die folgenden Kurse ihr habt ein Kursprogramm was irgendwie ein paar Döner kostet oder ein paar mehr oder ein paar Kinokarten macht es einfach ne gebt euch die Mühe investiert in euch da genau für solche Sachen ist es da dass man guckt was habe ich für ein Muster wann bin ich Minus wann bin ich im Plus was mache ich da eigentlich und macht es einfach ne fangt bei eins an und promosive Chips ne also ich versuche jetzt könnte man es wieder alles herleiten wie das alles zusammenhängt aber haben wir auch schon oft gemacht aber ich denke da wird nicht viel Gutes dabei rauskommen könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und wir gehen mal zur zweiten E-Mail hallo Christian auch die Zuschauerin danke für deine Arbeit ich brauche mal deine Hilfe zum Datingverhalten wie wirklich zu dominant durch Einhaltung der Regeln habe ich dein Buch Liebes Code gelesen der muss jetzt sehr bald auf Englisch erscheinen ne falls ihr englische Freunde habt ähm kommt bald raus äh und die Kursumprogrammierung und Dating absolviert Anfang 40 habe ich mich bei einem Podcast gemeldet in welchen Singles vorgestellt werden der mir ein Mann gefiel und ich die Vorstellung toll fand jemand anhand der Stimme und Antworten auszuwählen ähm wir waren schriftlich in Kontakt auch hier wieder bisher kein In-Person-Kontakt ne er merkte sich viel wünschte jeweils eine gute Reise oder Flug als ich mir Urlaub war es zählt alles nicht es ist wieder das gleiche ne es zählt nichts es kann noch so toll sein es zählt nichts ne gar nichts erst mal was ich drifte ähm doch Gegenfragen kamen selten ich erwählte dreimal verschiedene Weise dass ich offen für ein Treffen sei wer macht die Dates was ist in meinem Datingkurs na gut jetzt kann man auch sagen ich sage immer so die Frau oder die weibliche Politik wirft sich in die Umgebung des Mannes da könnten wir jetzt noch so im weitesten Sinne aber lasst den Mann die Dates machen sonst da kommt nur Moks bei raus das steht aber im Kurs drin weiß ich ganz bestimmt setzt die Kurse eins zu eins um also kaufen ist schon eine super Sache aber es ist wirklich wichtig dass ihr euch mal sagt okay jetzt mache ich es einfach mal so ein halbes Jahr mache ich exakt das was Hemschi sagt ganz exakt und dann kommt wenn ihr dann sagt boah hat mir nichts gebracht okay aber nur dann könnt ihr meine Arbeit richtig beurteilen weil wahrscheinlich werdet ihr sagen ja das war genau gut das ist wirklich ganz sklavisch also ich habe auch erst mal ein Datingleben aufräumen können als ich ähm ja no Bullshit mehr ne keine Ausnahmen und so weiter ne so ähm so nach zweieinhalb Wochen schreiben sagte ich ihm dass es nicht passt da ich einen Mann suche der Initiativ sei oh das finde ich gut ja er war ganz überrascht und meinte er habe mich für nächste Woche Donnerstag 19 Uhr eingepfalt ja ist klar also diese Lügerei das ist also das ist wie eigentlich wie bei der letzten Mail das ist echt mein Gott man weiß es natürlich hundertprozentig aber eigentlich weiß man es doch ne äh geht dies unter einem vielleicht den vielleicht date ist äh vielleicht habe ich Zeit das ist er hier nicht er sagt ähm ja gut ich weiß es nicht wie er das jetzt gesagt hat aber ich für mich hat es jetzt nach einem festen Date dann außer dass er es dir nicht gesagt hat das braucht man natürlich nicht man kann es ja einfach so mal planen ne ohne es im anderen zu sagen er wollte noch mit mir telefonieren um zu klären weshalb es nicht früher weshalb man nicht früher ein Date vorschlug jetzt noch mehr vor dem Date reden das bringt nichts ne Leute redet nicht so viel vor dem ersten Date geht einfach hin und fertig ne könnte es eigentlich was gegen fliegen ey ich habe hier so ein irgendwie so ein violettes leuchten aber irgendwie funktioniert das schon mal nicht wenn ihr einen guten Tipp habt schreibt es gerne mal rein ähm das Telefonieren war sehr lustig ich antwortete jeweils auch offen als er mich dann erfragte ob ich eine Person sehen wie oft ich eine Person sehen möchte in einer Beziehung achso gemäß mein Stand achso wenn ihr jetzt zusammen hört Leute trefft euch einfach wirklich macht sowas nicht Telefon ist nur gefällt mir die Stimme hat das Potenzial Bums auflegen treffen meinetwegen null Date machen zwischen zwei Straßenbahnstationen gehen dass man nicht so einen Aufwand hat trefft euch trefft euch trefft euch trefft euch wirklich ähm wir verabreden uns für kommende Woche äh das Treffen sagt er ja doch ein paar Tage später ab das gibt's doch gar nicht hat er dich etwa angelogen das kann doch nicht wahr sein sowas gibt es nein 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 aber es ist ähm ich sag ich bin ja immer ganz ehrlich du hast auch ein bisschen drum gebettelt weil du nicht den sie müssen dann wirklich wenn das komisch wird und weird wird und keinen Sinn mehr macht und und hier zum Beispiel der Mann ist nicht initiativ red flag dann nicht äh ansprechen und doch machen sondern ähm also einfach lassen einfach lassen du sorry da kommt ja kein jetzt lassen wir es einfach und dann äh wenn er dann wieder schreibt dann sagen du lass komm lass das gut sein oder keine Ahnung können es ja in einem halben Jahr nochmal schreiben oder ich weiß hab keine Lust mehr ihr werdet davon profitieren außer wenn ihr so krasse Bindungsängste seid und immer zu streng seid das da muss man das Gegenteil machen aber all diese Sachen die wir hier die beiden E-Mails heute viel strenger sind viel strenger ähm er hat aktuell privat viel um die Ohren und wäre nicht offen für ein Kennenlernen wenn das erste Date schief geht egal was es ist ob die Außerirdischen jetzt doch gelandet sind ob äh keine Ahnung die Straße explodiert ist ob weiß ich nicht lokale Pandemie ausgebrochen ist und konnte nicht zu dir kommen es ist alles egal wenn das erste Date nicht läuft könnte es echt knicken und dann auch nicht ärgerlich sein alles klar danke Universum danke fürs aussortieren tschüss nochmal löschen fertig aber wir auch gar nicht mit diskutieren gar nicht alles klar du nee brauchen wir nichts anderes beziehungsweise man merkt es ja wenn es wirklich die Oma gestorben ist oder so dass man das tut mir echt leid können wir es auf morgen verschieben also sofort neuer Termin angeboten wird wenn das nicht passiert würde ich heute sagen ich habe gar keinen Bock mit dir zu diskutieren das ist sofort Schalter um tschüss weg keine Energie reingeben da meine Frage wirklich zu dominant wenn ich meine Standards erwähne also ich glaube der war einfach nicht interessiert genug sonst hätte er ein Date ausgemacht ein Mann der weiß was er tut der auch wirklich daten will und nicht nur das scheint ja heutzutage hin zu sein so Telefonbriefreundschaften haben will der macht ein Date also der genug verliebt in mich ist der polar ist der macht ein Date macht er kein Date obwohl ihr schon so viel geschreibselt habt abhaken weg du sorry passt nicht weg tschüss also von daher wahrscheinlich auch zu viel geschrieben aber ich glaube nicht dass es mit weniger schreiben jetzt anders ausgegangen wäre also mit Dominanz hat das aber hier nichts zu tun oder empfiehlst du mir das weiter zu tun damit man gegenüber weiß was ich mich für eine Partnerschaft vorstelle ich würde all diese Diskussionen also weder über wie du dir eine Partnerschaft vorstellst noch über Atombombenversuche noch über den Weltfrieden noch über die Wahlergebnisse noch über welche neuen Pandemien wird es geben noch hat die Mondlandung stattgefunden ich würde solche Gespräche nicht vor dem ersten Date führen legt auf Date ausmachen aber ist nicht dein Job er hat es nicht gemacht dann ist es eh wurscht aber er macht ein Date aus auflegen vielleicht nochmal alles klar bis morgen oder so oder auch gar nichts einfach erscheinen am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt fertig das ist cool das ist sexy das ganze Gelaber das bringt auch nichts in diesem Sinne macht die Folge in Kurs und wendet sie eins zu eins an holt euch die Liebeschip-App und wir sehen uns bei Vierat Tschau lieben bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal